Känguru-Komplex. Der Mann mit dem Baby-Tick. Ich hab Astronauten gekannt. Die hatten ne Nase. Andere wieder hatten Werte. Andere wieder hatten ne Brille. Mit Roland Giraud, dem Star aus Drei Männer und ein Baby. Also keine Zeit mehr zum Vögeln? Nein, ich glaube nicht. Und ein bisschen Schmusen? Ein kleines Schmusen. Entschuldige. Von mir aus kann sie sich wieder anziehen. Und sie? Was macht sie hier? Macht ihr einen flotten Dreier? Was heißt hier einen Dreier? Das weiß ich nicht. Also bin ich dein Vater? Sag's mir. Ich hab ein Rechtes zu erfahren. Du hast gar kein Recht, verschwinde. Sag's endlich. Hör auf mich Papi zu nennen. Drei Frauen und kein Baby. Känguru-Komplex.